Es war der eine Moment, der einiges darüber aussagte, wer im Bundesrat den Ton angibt. Als ein Journalist an der Medienkonferenz vom letzten Freitag zum Rahmenabkommen fragte, ob die EU die bis Ende Juni befristete Anerkennung der Schweizer Börsenregulierung verlängern werde, drückte sich Außenminister Ignacio Cassis FDP um eine klare Antwort herum. Worauf seine Parteikollegin Karin Keller-Sutter intervenierte und Klartext sprach, der Bundesrat erwartet schon, dass die Börsenäquivalenz jetzt verlängert wird. Die Justizministerin bezog sich dabei nicht nur auf die grundsätzliche Zustimmung zum Rahmenvertrag, sondern auch auf die europapolitisch wichtigen Abstimmungen vom 19. Mai zur AHV-Steuervorlage und zum Waffenrecht. Keller-Sutter konnte dabei den ersten Erfolg in einer Volksabstimmung seit ihrer Wahl in den Bundesrat im letzten Dezember feiern. Nicht nur aus diesem Grund kann man der 55-Jährigen einen gelungenen Staat attestieren. Wie ihre am gleichen Tag gewählte CVP-Kollegin Viola Amherd hat sie in den ersten fünf Monaten im Amt schon deutliche Spuren hinterlassen. Bei der anschließenden Medienkonferenz glänzten die beiden Frauen durch Abwesenheit ein deutliches Indiz für ihre Enttäuschung. Umso mehr scheinen sie seither gewillt es allen zu zeigen. Eine erste Bilanz fällt bei Amherd und Keller-Sutter ausgesprochen positiv aus. Gestaltungswillen ist ein Ausdruck, der im Zusammenhang mit ihnen im Bundeshaus verwendet wird. Die Bundesrätin hat erkannt, dass das EJPD ein Querschnittsdepartement ist, das über die Justiz auf praktisch alle Politiksegmente Einfluss nimmt. Und den will sie nutzen. Dabei hilft ihr. Die Tatsache, dass bei den Reizthemen Asyl- und Migrationspolitik wenig los ist. Umso mehr will sie in anderen Bereichen Pflöcke einschlagen, vor allem in der Europapolitik. Dabei sprach die Justizministerin erfrischend und geniert Dinge aus, die man aus dem Bundesrat schon lange gerne gehört hätte. Die Personenfreizügigkeit hat nicht nur Vorteile, sagte sie. Und mit dem Satz »Die Fachkräfteinitiative hat wenig Konturen angenommen« übte sie gar ziemlich unverblümte Kritik an Ex-Wirtschaftsminister und Parteikollege Johann Schneider am Mann. Diese Art des Klartexts wie auch jene im oben geschilderten Fall zeigt, dass Karin Keller Sutter von nichts und niemandem Rücksicht nimmt. Und dass sie bereit ist anzuecken. Mit dem geplanten Sozialausbau sorgt sie im rechtsbürgerlichen Lager für Stirnrunzeln. Umgekehrt ist absehbar, dass sie in Asyl- und Ausländerfragen Linke und Grüne vor den Kopf stoßen wird. Das ist aus ihrer Sicht nur konsequent. Keller Sutter ist nicht Bundesrätin geworden, um als brave Mitläuferin zu agieren. Sie hat einen klaren Führungsanspruch. Das erstaunt nicht, wenn man ihre bisherige Karriere verfolgt hat. Schon als Sankt-Galler-Regierungsrätin von 2000 bis 2012 zeigte sie einen ausgesprochenen Willen zur Macht. Auch im Ständerat saß sie nicht auf der Hinterbank. Nach außen zeigte sich die CVP zufrieden. Intern aber machte man die Faust im Seig. Ihr einziges Bundesratsmitglied wurde ausgerechnet ins VBS verbannt, wo man kaum Einfluss auf andere Departmente hat und sich mit einem machtbewussten Offiziersko herumschlagen muss. Ein Departement auch, das regelmäßig durch Skandale und Intrigen erschüttert wird. Bundesrätin Armherd verschwieg nicht, dass sie lieber ein anderes Amt übernommen hätte, etwa das EJPD. Ihre Ausgangslage war schwieriger als jene von Keller-Sutter. Während die Sankt-Gallerin eine Domäne übernahm, die ihr bereits als Regierungsritten vertraut war, ist die Obervalisern nicht nur die erste Frau an der Spitze des VBS. Sie hatte auch so gut wie keinen Bezug zur Ramee. Zu Beginn war von ihr wenig zu vernehmen. Damit hob sich die 57-Jährige ab von Vorgänger Guy Parmelin, der mit teils fragwürdigen Schnellschüssen versucht hatte, Entscheidungsfreude zu markieren. In den letzten Wochen hat sich dies geändert. Man darf behaupten, dass Armherd in ihren ersten fünf Monaten im VBS mehr bewegt hat als Parmelin zuvor in drei Jahren. Die Frauen im Bundesrat wollen gestalten, nicht nur verwalten, das gilt auch für die neue UV-EK-Chefin Simonetta Sommerruga und heben sich damit ab von den männlichen Mitgliedern der Landesregierung. Oder wie eine CVP-Nationalritten maliziös meint, statt zu streiken, sollten die Frauen sich dies als Beispiel nehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017